Für diese beiden war das Leben immer eine leichte Brise. Schlaf ist mir unheimlich wichtig. Doch jetzt stehen die Zeichen. Da. Kein Bock mehr. Auf Sturm. Können Moritz und Inna. Es stinkt hier, es ist ekelhaft. Das Ruder rumreißen und ihr Leben wieder auf Kurs bringen. Scheiße, Mann. Das ist crazy. Die härtesten Jobs der Welt. Ab 2. Februar um 20.15 Uhr. Neu bei Kabel 1. Neu bei Kabel 1.